Hallo, ich bin der Franzi und ich wollte Sebastian gerade erzählen, dass ich meinen Geburtstag habe. Wirklich! Sebastian! Ja? Ja? Na? 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 Als ihr seht, ich bin ein rechter Streber, dann bin ich an meinen Geburtstag in Wern-Uhr. Und deswegen feierte ich meinen Geburtstag am 29. Mai. Ist ein Donustag. Und falls das Wetter nicht passt, einen Tag später. Und falls das Wetter nicht passt, einen Tag später. Dann hab ich mir gedacht, ich mach mir wieder eine Lagerfeier. Auf der Fulgruinisch-Einstein. Darum hätt ich gemeint, wer Hü kommt auf Sexy da rauf, sitzen wir uns gemütlich zusammen. Und wir feiern wie im Mittelalter. Also ihr seht, die kommen da nicht mit dem Auto rauf. Und da würde ich sagen, jeder der kann, soll bitte ein Holz mitnehmen. 4-5 Scheibe. Und je mehr Holz wir haben, desto länger können wir Feier machen. Sebastian, freust du dich schon? Ja, ziemlich. Ich auch. Zwecks Grün und Tringer, nehmt euch einfach so mit, was ihr wollt. Die werden nicht mitnehmen, weil ich faul bin. Wie gesagt, Holz war cool. Es ist eh nicht so weit zum Gehen. Wir sehen uns. Das war so hart. Das war eineриende. Das war eins. Das war arm. Die nicht so weit. Das ist klar.